Die Eurobike startet morgen, heute aber hat Bosch schon seine Pressekonferenz und stellt seine Neuheiten für das kommende Jahr vor. Wir sind auf der Pressekonferenz für euch und gucken uns jetzt mal rein, was schon aufgebaut ist. Im vergangenen Jahr hat Bosch ja das Smart System vorgestellt. Damals gehörten nur ein Motor, ein Display und ein Akku dazu. Das heißt, in diesem Jahr rechnen wir einfach mit mehr Neuheiten zu dem System, sodass daraus wirklich eine richtige echte Antriebsfamilie wird. Was genau Bosch vorstellen wird, wissen wir aber selbst noch nicht und lassen uns natürlich vom Event selbst erstmal überraschen. Hinter uns seht ihr den Countdown laufen, viel Zeit ist also nicht mehr. Wenn ihr erfahren wollt, was Bosch tatsächlich für die Saison 2023 vorgestellt hat, dann bleibt auf unseren Kanälen up to date. YouTube, Instagram, Facebook, was auch immer. Wir werden da auf jeden Fall alle Neuigkeiten geben.